Das Yin erwacht in seine Stärke. Erwacht in seine Macht. Herzlich Willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Kerstin Joost und ich bezeichne mich selbst als Ärztin der neuen Zeit. Mit meinen Videos auf diesem Kanal möchte ich dich begleiten, dich inspirieren, dich unterstützen, auf deinem persönlichen Weg in die neue Zeit. Wir befinden uns im Moment seit längerem schon, aber im Moment sehr intensiv in einer Transformation, in einem Neubeginn auf der Erde. Und wir sehen im Moment vor allem Dinge, die zu Ende gehen, die nicht mehr so funktionieren wie bisher. Und es gibt sicher auch bei dir immer wieder Momente, in denen du dich fragst, warum das alles und wohin führt das? Und dafür möchte ich dir immer wieder neue Ideen geben, neue Sichtweisen, neue Ermutigung auch und neue Bestätigung, dass alles super gut läuft. Es ist unangenehm, es ist verwirrend, es ist zum Teil schmerzhaft und es läuft genau so, wie wir alle das im Moment brauchen, um zu wachsen und zu reifen. Denn jeder von uns, jede Idee hat ihren ganz persönlichen Seelenweg, aber wir sind jetzt inkarniert, jetzt auf der Erde, weil wir ein gemeinsames Thema zusammen erleben wollen, nämlich den Weg in ein neues Bewusstsein, in eine neue Energie, in ein neues Zusammenleben hier auf der Erde. Und ich habe heute mal etwas Neues für dich. Ich habe heute eine Lesung aus einem Buch. Wenn du schon länger meinen Kanal abonniert hast, dann weißt du, ich gebe manchmal Lichtimpulse, Inspirationen, manchmal sind es Meditationen. Und heute komme ich zu einer Buchlesung und damit auch zu einer Buchempfehlung. Es geht heute um dieses Buch, Selbstermächtigung, die Offenbarung des zutiefst weiblichen von Sharon McBurlan, wenn ich das richtig ausspreche, erschienen im Neue-Erde-Verlag. Ich möchte dir heute ein paar Zeilen, ein paar Seiten daraus vorlesen. Es geht in diesem Buch darum, dass diese Sharon McBurlan eines Tages eine Begegnung hatte mit ein paar Großmüttern. Das heißt, diese Großmütter sind ihr in einer anderen Ebene begegnet. Sie ist ganz normal am Strand spazieren gegangen und plötzlich sind diese Großmütter parallel dazu in einer Parallelwelt ihr erschienen. und haben sie immer wieder eingeladen auf Reisen, auf schamanische Reisen, haben ihr Heilung gegeben und haben ihr Unterweisungen gegeben, die Sharon dann wieder in ihren Alltag zurückgebracht hat, um sie mit uns allen zu teilen. Also dieses Buch hat sie geschrieben quasi im Auftrag dieser weisen Großmütter und und ein Kapitel hat den Titel Die Neuordnung von Yin und Yang. Sie ist also jetzt am überlegen, wie sie weiter reisen und weiter leben soll, die Sharon. Und sie schreibt, als meine Angst davor, mich mit den Großmüttern weiterzuwagen, nachließ, wollte ich mehr erfahren über das Ungleichgewicht von Yin und Yang in mir und in allem. Aus irgendeinem Grunde zog es mich in die untere Welt. Die schamanischen Reisen gehen in die obere Welt oder in die untere Welt und sie reist jetzt hier in die untere Welt und hört dort eine Stimme. Die Stimme sagte, fruchtbar oder unfruchtbar, grün oder trocken, das sind Gegensätze, aber notwendig. Das ist es, was ich sehe, Gegensätze, sagte ich. Hoch und niedrig, nass und trocken, heiß und kalt. Dieses Fallen aus der Üppigkeit in die Wüste und von einem felsigen Gipfel hinab in ein grünes Tal hatte mich überwältigt. Die Kontraste hatten meine Sinne verstört. Als die Stimme wiederkam, war ich mir sicher, dass es die Großmütter waren. Alles ist im Wandel und im Fluss, sagten sie. Was fruchtbar scheint, trägt in sich die Samen der Verwandlung in Trockenheit. Was trocken scheint, enthält die Samen einer großen Fruchtbarkeit. Gemeinsam tanzen wir in einer wechselseitigen Bewegung. Und nach einer Pause fügten sie hinzu. Was falsch scheint, trägt in sich die Samen des Richtigen. Das war eine geschliffene Sprache, fast Poesie. Aber ich fragte mich, was bedeutet das? Yin und Yang sind fließend, sagten sie. Sie sind nur scheinbar Gegensätze. Die Arbeit, die dir übertragen wurde, bewegt die Energie dessen, was du Yin nennst, sodass sie gegen Yang drückt und es neu ordnet. Das erschreckte mich. Wie konnten sich Yin und Yang, die Bausteine des Universums, verändern? Sie lasen meine Gedanken und sagten, es besteht zu dieser Zeit keine Gefahr für die Erde oder für dich. Beide werden durch die Katastrophe nicht zerstört, wie so viele befürchten. Es gibt eine neue Bewegung, die Leben bringt. Ein Großteil der Bedrängnisse und Schmerzen in der heutigen Welt hat mit der Stagnation von Energie zu tun. Energie wird zurückgehalten und gestaut. Sie zeigten mir Baumstämme, die im gestauten Wasser eines Flusses trieben und in dem stillen Wasser sah ich die Widerspiegelung der Großmütter. Ich schaute auf und war ganz ergriffen von ihren mitfühlenden Blicken, als sie dieses Wasser betrachteten. Wenn es keine Bewegung gibt, kein Leben, keine wachsende Veränderung, sagten sie, tritt Stillstand ein und daraus entstehen Zerstörung, Verderbnis und Böses. Also, sagten sie, bist du eine Hebamme und hilfst, das Neue zu gebären, dessen Zeit gekommen ist. Dies ist ein natürliches Fortschreiten und Wachstum. Es ist Zeit, riefen sie, die Köpfe triumphierend zurückgeworfen. Das sind gute Neuigkeiten. Was hat das, was ihr sagt, mit meiner Gesundheit zu tun, fragte ich, als ich an meine ständige Sorge um meinen Körper denken musste. Du bist Teil des Planeten, sagten sie. Stagnation und festgefahrene Zustände musst auch du überwinden. Deine Arbeit ist nicht getrennt von der planetaren Arbeit. Was wir meinen, fügten sie hinzu, die Arme weit geöffnet, mit dir ist nichts falsch. Euer individuelles Karma wird verbrannt. Das ist alles. Sie erhoben ihre Hände. Das Karma des Planeten wird verbrannt. Das Karma eines jeden wird verbrannt. Lächelnd sagten sie, tue es mit gutem Willen. Du bist Teil eines Prozesses und egal, was getan wird. Dieser Prozess, der begonnen hat, wird sich fortsetzen. Du kannst daran teilhaben. Du kannst in Freude mit uns mitgehen und anderen helfen, diese Freude zu haben. Aber der Prozess wird stattfinden, ganz gleich, was du tust. Obwohl es nichts gibt, was du tun musst, tue es zu deiner eigenen Freude. Wisse jedoch, dass niemandes Schicksal von deinen Handlungen abhängt. Du hast das Glück, die Arbeit zu tun, wenn du es willst, denn sie wird schön sein und dir Freude bereiten. Ich will, sagte ich. Ich will. Und jetzt überspringe ich eine Seite. Jetzt geht es um Yin und Yang. Yin, das hat sich seit vielen Jahrhunderten in einem erschöpften, ruhenden Zustand befunden und erwacht nun, sagen die Großmütter. Die Menschen verstehen das weibliche Prinzip bisher nicht. Das Göttliche ist in Gestalt der Großmütter gekommen, weil es bei dieser Arbeit um das weibliche Prinzip geht, um das Yin. Es ist angebracht, dass es die Frauen, die Großmütter sind, die diese Lehre bringen. Wenn es in der Lehre für diese Zeit darum ginge, ein Krieger zu sein, lachten sie, wäre ein Krieger gekommen. Es ist an der Zeit, dass die Welt zum Genährtsein, zur Liebe und Geborgenheit der Mutter zurückkehrt. Eroberung und Aggression wurden so weit getrieben, wie es möglich war, ohne alles Leben zu zerstören. Die Energie muss sich jetzt dem Erhalt des Lebens zu wenden, sich mehr dem Mitgefühl und Verständnis zu wenden, dem Aufbau von Weisheit, anstatt Wissen anzuhäufen. Die Lebensenergie muss sich bewegen, sagten sie. Es muss jetzt neue Ziele geben. Lebensbejahende, lebensverbessernde Ziele, die die Erfahrung des Menschseins vertiefen. Damit die Tage, die man lebt, gute Tage sind, geschätzte Tage, auf die man sich freut. Sich freut, weil man sich geliebt fühlt. Und ihre Arme öffneten sich nun zu einer weitausholenden Geste, als sie riefen, weil man Liebe ist. Verständnishingabe und die Vertiefung des Mitgefühls zur Weisheit sind Eigenschaften der Mutter. Dies, sie lächelten mild, sind Yin-Qualitäten. Sie kommen, wenn man annimmt, was das Göttliche zu jeder Zeit gibt. So weit meine Lesung aus diesem wunderbaren Buch, Selbstermächtigung. Falls es dich anspricht, möchtest du es dir vielleicht zu Weihnachten schenken oder zu jedem anderen Zeitpunkt. Für mich sind dort ganz, ganz wichtige Weisheiten enthalten. Zunächst einmal die Bestätigung, die Bestärkung, dass alles im Moment einen Sinn macht. Dass wir diese turbulenten, auch unangenehmen Zeiten aus einem Sinn erleben. Und dass ein größerer Plan dahinter steckt. Und dieser Plan führt uns zu einem neuen Gleichgewicht, in dem das Yin, die weibliche Energie, eine stärkere Kraft, eine stärkere Macht hat. Spür einmal selbst in dich hinein, wie es sich anfühlt, mehr ins Yin zu gehen. Ins Sein, ins Annehmen, ins Mitgefühl, ins Miteinanderstand, ins Gegeneinander. Das ist die Energie der neuen Zeit. Das ist die Energie des neuen Zeitalters. Das ist die Energie, in die wir jetzt alle hineinwachsen. Und jeder Wachstumsprozess hat seine Schritte, hat seine Stufen, hat auch seine Herausforderungen. Und ich möchte mit diesem Video wie immer Mut machen, dich inspirieren, alles aus einer höheren Perspektive zu sehen. Dafür helfen Bücher, dafür helfen Workshops, dafür helfen viele Dinge, die im Moment angeboten werden. Dieses Hämmern ist vielleicht auch jetzt gerade noch eine Bestätigung dafür, dass wirklich alles nach Plan läuft. Komm immer wieder in die Freude, komm immer wieder in die Aufregung, dass jetzt etwas Neues beginnt und dass du, genau wie ich, Teil davon sein dürfen. Eine Selbstermächtigung, das heißt, du darfst dich selbst ermächtigen, du darfst selbst in deine Macht kommen. Warte nicht darauf, dass jemand von außen sie dir gibt. Das haben wir viele Leben lang getan, weil wir keine Wahl hatten und jetzt haben wir die Wahl. Ermächtige dich selber, komme in deine Macht, komme in deine Kraft und gib dem Weiblichen in dir, dem göttlich-weiblichen mehr Raum. Es ist ein anderes Miteinander. Es ist ein herzbasiertes, auf Liebe basiertes, auf Toleranz, Akzeptanz und Mitleid basiertes Miteinander. Und ich lade dich ganz, ganz herzlich dazu ein. Ich hoffe, dieses Buch hat dich inspiriert. Meine Worte haben dir wieder Energie und Zuversicht gegeben für die nächsten Schritte auf deinem Seelenweg. Wenn du das Bedürfnis hast, einmal ein 1 zu 1 Coaching mit mir zu erleben oder auch mit meinen Workshops, mit meinen Gruppencoachings weiter zu reisen, bist du herzlich eingeladen. Ich freue mich auch, wenn du dieses Video likest, wenn du es teilst mit deinen Freunden und meinen Kanal abonnierst, sodass ich dich immer wieder erreiche mit meinen lichtvollen Botschaften. Alles, alles Liebe auf deinem weiteren Seelenweg wünscht dir Kerstin Joost. Bis bald.